Eine Prinzessin in Berlin, heute Mittag war das vor dem Schloss Charlottenburg. Und schlafen wird Diana heute Nacht hier in Gartow im Sitz des britischen Stadtkommandanten der Villa Lem. Wir hätten Ihnen gerne ein bisschen mehr davon gezeigt, aber wir durften nicht. Die Residenz des Kommandanten und heute Nacht eben die Herberge der Prinzessin ist fürs deutsche Fernsehen tabu. Aber wir zeigen Ihnen, wie Prinzessin Diana ankam. Auf dem Flugplatz Gartow in einem Flugzeug ihrer Schwiegermutter, der Königin von England. Soldaten des Wall-Hemmscher-Regiments ist Prinzessin Diana eigentlich nach Berlin gekommen. Sie ist der Ehrenoberst dort und dem gebührt ein angemessenes Geschenk, wenn er zu Besuch kommt. Die Soldaten überlegten lange und entschieden sich dann für etwas Modisches, für eine Brosche. Da ist ein grüner Lorbeerkranz, eine rote Rose aus Rubinen und in der Mitte ein Tiger aus Gold und dann oben auch noch eine Krone mit Diamanten. Und so sieht sie aus. Bei einem Juwelier in London hat sie der Regimentskommandant bitte bestellt. Der Preis bleibt natürlich geheim, jeder Soldat konnte aber einen kleinen Oberlust dazugeben von maximal 5 Mark. Und jeder von ihnen tat das. Und jetzt sind sie alle ganz stolz auf das schicke Geschenk. Wir hoffen, die Prinzessin mag die Brosche so sehr wie wir. Wir sind so stolz, dass sie uns besucht und nur unserem Regiment als Ehrenoberst vorsteht. In dem Büro des Kommandanten wurde die Brosche am Nachmittag der Prinzessin überreicht. Wir können uns nur vorstellen, dass sie erfreut war. Es ging nämlich ganz britisch zu. Das heißt, die Presse durfte an diesem Ereignis nicht teilnehmen. Aber dann auf dem Kasernenhof. Da darf Diana endlich vor ihren 650 Soldaten stehen und die Parade abnehmen. Sie sei vielleicht ein bisschen nervös, hatte es vorher geheißen. Denn schließlich ist dies das erste Mal, dass sie sowas macht. Sie kann es. Nicht, dass sie jeden Einzelnen begrüßt, aber die Brosche, die kriegen nun die Soldaten an ihrem Ehrenoberst zu sehen. Schade, dass die Musik so laut ist. Wir haben auch kein Wort verstanden. Benjamin Molloyse ...wochen Ehrenoberst des Royal Hampshire Regiments. Während ihres zweitägigen Berlin-Aufenthalts will sie sich vor allem der Truppe widmen. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020